Hi, ich bin der Lukas Bicking vom Weingut Bicking & Bicking und bei mir geht es heute um unser Brüderchen. Das Brüderchen ist unser Einstiegs-Cuvée, es ist ein super saftiges, frisches, aromatisches Cuvée aus verschiedenen Sorten, vor allem Scheurebe, Müller-Türker und Riesling, die einfach in der Kombination super saftig und trinkantimierend sind. Das zusammen macht im Sommer einfach mega Spaß. Einfach Flasche auf den Tisch stellen, aufmachen, ins Glas schenken und trinken. Prost!